It just takes some time, little girl, in a little out the right, hell that the hell that it'll be just fine, hell that the hell that it'll be all right, all right. Und wir nennen ihn jetzt auch einfach so. Fertig. Und wir stehen einfach voll auf, wo jemand einbrüche beim Start. Und los, ich mache mal, wo wir rei... Wir rasen uns nicht echt durch die Polizeistation, ihr habt doch recht einen Schacht. Egal. Ui. Super Startpunkt, fällt der Polizei hier voll nicht auf, wenn direkt neben ihm erstmal so eine Wasting-Gag nach Start und durch ihren erstmal ihren Sendetower. durchhaut. Was, der Vater hat das bei den Sagen, der sich ja nicht mehr melden kann. Oh, ich bin nur der Zweiter. Dritter. Hallo, du kleine Ess... du Schwuchtel, Essentmaten. Das lässt nicht das Auto. Das ist ein Verbrechen, was du da machst. Essentmaten, du hast so ein Austaus ausliefert. Ich würde mich interessieren, ob Essentmaten rosa Essentmaten ausliefert, oder ob sie die Frage direkt... ... war direkt im Katalog als, äh, mit so einem Totenkopf angestrichen haben. Und dann drunter da als Anmerkung, Farben mit Totenkopf bloß nicht verkaufen. Das ist, äh, verstößt gegen unser Autobau-Gesetz. Dingsbums. Uh. Ich bin erster und ich hab's voll drauf. Und 8 km mal ins knapp Vorsprung. Das ist, aua. Eine fucking Nichtmenge. Ach, ihr habt doch echt einen Schaden dahinter. Oh Mann, ich hasse die Radarfeile direkt nach Kurve. Es ist eben um Wasserpötte davor stehen. Perfekt. Alle rasen mir hinten rein und alle sind Langlammer. Ha. So gefällt mir das. Burnin' Rubber. Was auf Deutsch so viel heißt wie brennendes Radiergummi. Hm. I, ey, ihr seid solche Füchse. Was ihr alles für geile Namen raushaut. Das ist krass. Boah. Da würde ich nie auf solche Namen kommen. Nee, auf solche Namen würde ich auch nicht kommen, weil ich würde nie ein Fahrer in einem Rennspiel brennendes Radiergummi nennen. Oh nein, das kann knapp werden. Zieh. Ha, gewonnen. So, damit alle Rennen haben. Zwei. Herausfordern. Oh, ein Sprintenradar voll unten sprinten. Ui. Das könnte über die 10 Minuten eben weggehen. Aber gut. Schauen wir erstmal, wie Websele sich präsentiert oder auch nicht. Oh, bin ich cool. Da unten war die Polizei und ich raste ganz elegant vorbei. Arr. Und Schluss, Webster. Der Wagen ist zwar, glaube ich, scheiße schnell, kann die Korventer sein, aber Nachteil ist, Handling gleich für den Arsch. So viel dazu. Und Fahrer ist auch für den Arsch. Der ist asozial. Boah, fuck. Boah, fuck. Zeitlupe ist viel cooler gekommen, aber leider gibt es hier in dem Spiel keine Zeitlupe. Außer man, Schauschwerdrein raus. Ah. Oder gegen einen Radarfeindreinjagd. Hm, schön. Zu enge Kurve über 200 kmh. Da gehen 180. Nimm alles mit. Hallo, mich nicht. Nee, besser nehm ich alles mit. Das ist besser. Aber es gibt härtere, sagen wir mal so viel. Eindeutig härtere. Wir haben die ganze Zeit vor der Nase rumgefahren, aber der Typ kommt... Ach, kusch dich. Der Typ kommt letztlich hinterher, wenn ich 50 Autos von mir wegschiebe. Ja, immer von außen nach innen eine Kurve fahren. Das ist die perfekte Linie. Und dann wieder nach außen raus. Da verliert man am wenigsten Speed. Auch in Harnadelkurven zu machen, aber... Da verliert man natürlich trotzdem Speed, weil man natürlich dann möglichst bremsen sollte. Wenn Harnadelkurve sonst viel zu eng ist. Ah. Aber du bist gerade gar nicht nach außen gefahren, hat der Kurve. Ja, ich war viel zu langsam, als dass ich das gelohnt hätte. So, davon ist das Ziel. Oh, das war ein anstrengendes Rennen. Das war ein Bossgegner. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr klar. Woo. Weiter. Weiter. 6 Minuten 40 ist seine Bestzeit. Ui. Das ist ein langes Rennen. Äh, willst du nicht mitkommen? Gut, dann lass es. Sag ich, das ist ein Hotelgekehr. Wie ist das für mich? Ich bin auf der kilograms Rennen. Und wenn ich mich nicht mitkommen habe, geht es um wenn ich mich nicht mitkommen will. Ja. Ja. Und ich habe mich mit dem Ladenverdruck. Und jetzt kann ich mich mit mir gehen. Aber ich war auch nicht unbedingt so Pro BAM! Scheiß drauf! Auf Speed kommt's an! Egal auf Kurvenlage! Ja, wir können ja jetzt mal einfach unten diese Folge schreiben, hm, wie es findet, dass ich jetzt immer so folgenweise aufnehme, also es immer so eine abgeschlossene Folge ist, wenn ich mich immer verabschiede oder ob die es immer besser vorhanden hat, wenn ich dann, wenn ich vier Folgen ineinander aufgenommen habe, dass die dann auch, ähm, zusammenmengt waren, also dass ich vielleicht nur einen Cut mache und nicht einfach sage, hallo und jetzt, wir kommen wieder zurück und, äh, ja, wir haben das letztes gemacht, obwohl ich da denke, schon irgendwie besser finde, weil, ähm, ist irgendwie eine abgeschlossene Folge in sich und ist nicht so irgendwie so ein offenes Ende. Könnt ihr mir sagen, ob ihr lieber ein offenes Ende habt, also wenn ich einfach so mittendrin mal kurz Cutte oder, wenn nicht so wie folgenweise macht, schreibt mir das einfach mal, kurz mal Headset verrückt und so, warte mal, schreibt mir das einfach mal unter diese Folge hier. Und der andere hätte es ja auch schreiben können, aber es ist jetzt nicht zu spät, also deswegen schreibt mir das mal unter diese Folge, wie ihr das jetzt fandet, da ich denke, die vier Folgen, oder fünf Folgen, wie viele sie doch sind, ähm, ihr jetzt am gleichen Tag nicht mehr hochkommen, wenn nicht, dann eben nicht, ha, dann eben an einem anderen Tag. Das hat natürlich einen Vorteil, ich kann die jetzt auch so ein bisschen variieren, weil ich welche Folgen hochlade. Aber vorher war das dann immer so abgeschlossen und das wollte ich dann, wenn möglich, mal an einem Tag hochjagen. Boah, habt ihr gemerkt, was Webster für ein hammergeiler Gegner ist, der kommt so gut mit. Wuhu! 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 Oh. Irgendwie ist es gerade ein bisschen erbärmlich, den als Bossgegner zu haben, aber gut. Na na na. Na na na. Kann doch einfach sein, dass ich so godlike bin. Oder so, ne, nicht godlike, ich bin dukelike. Ich bin dukelukemlike. Das ist so für mich das neue godlike. So. Obwohl dukelike ist, scheiße auszusprechen. Godlike ist irgendwie einfacher. Äh, warte mal. Ja, du bist ein Geisterfahrer, richtig. Fahr überwähl auf deine richtige Spur. Lalala. Irgendwann könnte das Rennen nochmal zu Ende sein. Es ist scheiße lange. Dü, dü, dü. Es ist so spannend. Ich komm nicht mehr klar. Wuhu! Wie hoffe ich mich gerade wiederhole? Ob es liegt daran, dass Webster einfach so ein knallharter Gegner ist? Und ich einfach nicht an ihn rankomme? Er zieht mir einfach so weg. Er fährt die Strecke schon zum zweiten Mal. Deswegen sieht es gerade aus, zu mehr reden bei mir. Aber nein, er ist schon zum zweiten Mal dran. Oh. Oh, das ist das Ziel. Oh, ich hab gewonnen. Was? Ne. So, wie lange hat er fürs Letzige auf? Vier Minuten. Hä, hä, hä. Das wird knapp. Hm. 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 Ne, da cutte ich jetzt lieber kurz. Und wir sehen uns dann zum letzten Rennen von Webster Reader. Dem Spritrennen. Und dann gucken, ob wir da einen Wagen kassieren. Ich bin Serpito5. Und ich sag mal, bis gleich. Bis dann. Bis wann auch immer ihr wollt. Bis dann.